Hallo zusammen, ich gehöre eigentlich auch dieses Team und ich habe so viele Frauen gefragt und sie alle waren dafür, also für die Citybahn, aber sie wollten nicht vor der Kamera reden und weggegangen. Ich bin für die Citybahn, weil die Stadt gut verbindet und ich denke, das macht den Verkehr auch flüssiger. Ich bin für die Citybahn wegen der Umwelt. Durch den geringeren Lärm zu Verkehrsstoßzeiten, wenn die Menschen die Citybahn nutzen, erhoffe ich mir natürlich auch viel bessere Laune der Wiesbaden an. Ich bin für die Citybahn, weil ich an die Zukunft meines Sohnes denke. Citybahn ist gut, weil das ist gut für die Umwelt. Ich bin für die Citybahn, weil ich hoffe, dass dann weniger Autos in der Innenstadt unterwegs sind. Ich fände, Citybahn wäre eine gute Idee, weil ich dann zum Beispiel mehr Möglichkeiten hätte, nach Hause zu kommen. Ich bin für die Citybahn. Ich bin für die Citybahn. Untertitelung des ZDF, 2020